Hallöchen und Willkommen! Es ist wieder Freitag, das heißt der neue First Look, ein neues angespielt, ein neues Let's Test und was auch immer. Und wir finden uns in der Gruppenlobby und wir sind zu viert unterwegs. Heute mit dem Stixi, dem Leo von den Punishers und brandneu dabei, dem Winterherz. Guten Abend zusammen! Wir hatten eigentlich noch zwei mehr, aber das Spiel hat uns leider nicht erlaubt, die hier mitspielen zu lassen, mitaufnehmen zu lassen. In die Gruppe. In die Gruppe, genau. Denn wir spielen, Stixi, was spielen wir? Loadout. Yay, wir spielen Loadout. Wer das nicht kennt, keine Sorge, wussten wir vor ein paar Tagen auch noch nichts von. Doch solltet ihr kennen, ist nämlich wirklich grandios, sowohl humoristisch als auch in einem schönen Stil gehalten und spielerisch macht's auch was her. Das sagt er jetzt in der Aufnahme. Leute, die kein Bock haben, Geld auszugeben, die sollten sich das Spiel auf jeden Fall mal angucken. Nichtsdestotrotz, die lustigen Sachen, die sieht man in Game, ja doch, die sieht man in Game schon, aber die ganz lustigen Sachen, die sieht man erst später. Aber wir zocken jetzt erstmal, bevor wir da irgendwie alles abkackt, weil wir jetzt schon seit gefühlt zwei Stunden dabei sind und immer noch nicht eine Sekunde aufgenommen haben. Ist eine gute Idee. Und deswegen starte ich die ganze Kiste jetzt einfach mal und wir suchen nach Spielern. Das Spiel sagt mir, hey Alter, du kannst mehrere Sachen auf einmal. Kann ich, ja. Danke dafür. Das Spiel ist generell, das hat generell einen lustigen Stil, was für Sachen du machen kannst oder solltest. Jetzt ist die Frage, welche Welt nehmen wir? Vier Punkte, zerbrochen? Boah, keine Ahnung. Ist egal, ne? Wir haben eine Zufallskarte. Ja, komm, wir machen eine Zufall, was soll's. Ich bin natürlich bereit. Das Match ist, glaube ich, Team Deathmatch und Presslufthammer ist was ganz Tolles. Da muss man wirklich einen Presslufthammer finden und stehlen und soll dann fünf Gegner damit ausschalten. Wozomenka bist du? Ich, äh, guck mal, unter zerbrochen steht Presslufthammer, das ist ein Spielmodus. Ah, okay, ich verstehe. Und unter vier Punkten steht Deathsnatch, das ist auch ein Spielmodus. Alles klar, du bist wieder so viel schlauer als wir. So, jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir auch im gleichen Team sind, ansonsten muss einer irgendwie gleich mal switchen, weil vorhin waren wir es nämlich nicht. Diesmal sind wir es aber. Wir sind nämlich in B. Okay, und wir spielen den Blitz. Den Blitz mit Presslufthammer. Genau, du hast es übrigens noch eine Beta-Map, also die ist noch nicht offiziell implementiert eigentlich. So. Stixi ist hier informiert, ey. Ich spiele mit, äh, T-Bone, mit meiner Main-Waffe, die Dominatrix und in der Secondhand den Rapist. Genau, und der Anfang dieses Spiel zu, da hab ich die Community aus Versehen geöffnet, ist relativ lustig. Weil sich alle gegenüberstehen. Ne, wir standen relativ weit weg. So, weil wo seid ihr? Da hinten seid ihr. Kann man auch sprinten, ja, ne? Ah ja, kann man. Ne, kann man nicht, aber die Community. Doch, Shift halten. Kann man auch. Dann kommen irgendwie die Steam-Community aus irgendwelchen Gründen. Ne. Oh, hier liegt ein Toter. Äh, mit, mit, äh, Shift und Tab sollte man's. Ja, aber was müssen wir denn machen? Ich bin grad leiser geworden. Stixi lext grad wieder ein bisschen. Aua, aua. Wow. Ich werd hier gerade abgeballert von irgendwie da hinten. Visier drauf. Also ich mach gerade übelsten Schaden, ich weiß nur nicht, auf wem. An wem. Es war auf jeden Fall ein Gegner. Verteidigung, okay, da unten ist Verteidigung. So ein Punkt, Anspruch, oder Verteidigen, genau. Oder sollen wir das Verteidigen? Kann man denn die Kisten hier aufnehmen? Wir müssen mal stehen, sollen wir das angreifen. Ah, okay, jetzt müssen die Gegner kommen, ne? Wow. Leo, du kriegst auch Fresse da oben. Ja, ich hab auch gar keinen Plan, was ich hier mache. Ich auch nicht. Bin tot. Gegner töten. Gegner töten ist immer gut. Wie, wie kann man denn, äh, die Kisten da aufnehmen? Wie kann man, ich fall grad aus der Karte, das ist auch toll. Musst du... Und jetzt müssen wir da hinten den Punkt angreifen. Was sagst du? Dann hatte ich nur ganz schlecht verstanden. Echt, äh, man muss den Punkt hier hinten angreifen? Ja. Ich versuch gerade, den Punkt zu finden. Ist hier ne Karte, ach, da oben. Der ist hier hinten, der ist ganz dick maliert. Warte mal ganz kurz. Ah ja, da ist er. Jetzt ist er eingenommen. Da kommt einer. Okay. Ah ja, ja, ich häsch dich hier hin und her. Ah, da kommt ne Helga. Ne dicke, fette. Ne dicke Helga. Bam! Töten. Fünfbruch. Bam! Headshot! Alter, Finder. Also das Spiel ist... Was ist ein Scheiß, wie sie hier drauf, ey. Manchmal ein bisschen, äh... Ich will nicht sagen blutig, aber es ist schon sehr blutig. Es ist, äh, saumäßig blutig, muss man einfach mal so sagen. Aber gut, eine. Ja, ja, Körperteile hier und so. Also, Bauchdecke, äh, aufschießen und so Sachen. Boah, Alter. Übel aus. Es geht, äh, richtig ab hier. Wow, da kommt ne Rakete. Natürlich hier schön im Sniper. Ich finde das aber gut, dass man... Ach, man kann die Raketen abschießen, wenn die auf einen zugeflogen kommen. Wie kann man denn seine Handgranaten werfen? Ich... Hat einer ne Ahnung? Bitte? Wie man seine Handgranaten wirft? Aua. Äh, G, F... C, Item nutzen. Äh, ich verbrenn gerade, elendig. Ah, C. Ich bin tot. Ich bin gerade elendig verbrannt. Ach, da war ein Gegner am Punkt. Ja. Äh, Verteidigung. Ah, so wirft man die Granate. Alles klar, verstanden. Ich hab ne Scheißwaffe, also ne Scheißschiesier. Ja, da ist Stixi rausgeflogen. Mal wieder. Stixi hat mir generell so ein paar Probleme. Aufnehmen, Pew, Pew. Okay, hier liegt ne Waffe, die erst Pew, Pew. Ah, der kommt wieder rein, der kommt wieder rein. Oh, Alter. Deswegen mach ich jetzt nicht aus. Bam! Boah, ein Spawn hier direkt. Komm schon. Ah, nachladen. Sauber. Boah, da wird man direkt am Spawn weggebratzt hier. Äh, ich hab nen Arm verloren, sehe ich gerade. Leute, ich hab ein Problem. Ihr habt einen Kanal. Willkommen zurück. Oh, da ist ein grünes Gel-Medi-Pack-Dingsbums. Gel-Medi-Pack. Ah ja. Beteidigung. Ah jo, mein Arm ist fast wieder dran. Sauber. Fast wieder dran. Ist doch quasi hier eigentlich wie Eroberung, oder? Ein bisschen, ne? Ja. Ey, du bist aber auch am Längen, Stixi. Was ist denn los bei dir? Vielleicht müsstest du mal... Ich hab alle keine Rechte, glaube ich. Könnten wir die Qualität hier ein bisschen runterstellen. Wow. Ich bin voll mit irgendwelchen Dingern. Ah, die sind fast down, also haut die um. Wer führt eigentlich? Ich guck mal. Winter hat die meisten Punkte. Hast halt mich geübt, ne? Nein, ich treff nur was. Okay, die Physik sind aber ein bisschen strange. Manchmal sind die echt ein bisschen merkwürdig, ne? So, Angriff. Da oben angreifen. Warum bin ich jetzt... Angriff. Ach so, klar. Ich denk gerade, warum ist da jemand, den ich nicht kenne? Aber ist ja logisch, weil Stixi gar nicht mehr hier in der Gruppe ist. Ganz genau. Kann ja auch nicht gehen. Okay, jetzt müssen wir verteidigen. Sorry, das war meine Granate. Wehten, erobert. Da ist er. Alter, finde. Und der geht doch. Hab ich. Ich auch. Kommt noch einer? Da kommt noch einer. Auch down. Der andere war da oben. Links ist auch noch einer, glaube ich. Äh, ne, 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 ne. Ich seh grad keinen. Hier, rechts ist er. Rechts ist rechts. Oh, ich bin tot. Ah, mein Arm blutet. Mein Arm, mein Arm, mein Arm. Aua. Boah, mein Kopf war weg. Mir war der Arm abgeschossen. Stixi, kannst du hinterher joinen wieder? Ich versuch's mal. Da muss der andere, glaube ich, verrennen. Das Kart, kannst du ihn einladen? Äh, ne. Ich komm da nicht dran, irgendwie. Ne, ich kann, glaube ich, erst bei der nächsten auch da mitmachen. Ist ja blöd, ey. Von hinten. Ja, man spawnt überall. Ja, also richtig. Au. Okay, mein Unterleib hat sich gerade verabschiedet. Wird erobert, okay. Also momentan, äh, so Punkte. Ich, das, was war das denn für ein Spawnpoint? Ach, das war's gar nicht, ein Spawnpoint. Das war ein Video. Ich hab gerade gedacht. Den haben wir jetzt quasi hier. Nächsten Punkt aktivieren. Wo ist er denn? Der nächste Punkt. So, ich, wow. Achso, der wird erst noch. Ah, okay, dann. Wow. Ah, ich kann nicht. Oh, man ist aber verdammt schnell tot, ey. Oh, ja. Nachladen da, ewig. Äh, ich hab... Ah, mein Kopf ist weg und ich hab nur noch so ein ganz kleines Gehirn mit dem Auge dran. Boah, übel. Mit zwei Augen. Ganz, ganz klein. Kann man sich irgendwie umdrehen oder so, dass man es von vorne sieht? Kommt mal einer hier hinten hin, zu mir. Ist da der Punkt? Hier, komm mal hier hinten. Guck mal meinen Charakter an, Leo. Achso, hallo? Guck mal hier. Boah, übel, Alter. Wie heftig ist das denn? Alter, nix mehr von mir über. Und wir werden gerade beschossen von irgendwo da oben. Oh, ja, ich sollte mal lieber spielen. Ja, und jetzt ist alles weg. Ja, da liegt noch mein Darm. Alter Falter, ey. Was ist denn das für ein Game? Meine Fresse, wer legt sich denn sowas aus? Hauptzeit-Gore. Das ist so richtig voll ohne Ende-Gore. Wie wechselt man eigentlich die Waffe? Aber nicht der L. Nee, nicht der L. Aber ich glaube, Muskar würde trotzdem abzufügen, weil es Comic-Stil ist. Ja, vermutlich. BAM! Über... Oh, da stirbt die dicke Helga. Du hast gecaptured. Komm, 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 stirb, stirb. Hat der macht einen Dance, der Indigo-Man? Ach, der macht einen Dance? Ja, als wir gecaptured haben. So. Ah, ich musste nachladen. Huuu, dicke Frau mit... Ei, 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 ei. Ah, hat die mich zerfetzt. Mit der Granate hat die mich zerfetzt. Boah, ich bin ganz schön schlecht gerade. Die Map ist aber irgendwie scheiße, muss ich sagen. Die Map ist irgendwie... Klein. Sag ich mal. Punkt, da hinten. Da, wo Anspruch leuchtet. Verteidigung. Anspruch. Bam, 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 bam. Ah, diese Dinger sind schrecklich. Diese ganzen Kugeln. Ich weiß noch nicht, was hier irgendwie wofür gut ist. Ehrlich gesagt. So ist meine andere Waffe hier. Geil, mein Manneken hat gerade einen... Oh, das ist L. ...Millfinger in die Luft gezeigt. Witzig. Die nehmen aber auch... Oh, da war der Kopf weg. Ein Match gewonnen. Sehr gut. Die nehmen aber echt jedes Sieg. Jedes Klischee, was man haben kann. Alter. Die Augen darf den Charakter, Alter. Der Charakter mit den Augen, ey. Meine Fresse. Das ist echt... Alter. Die nehmen alles mit, was man haben kann. Die nehmen echt alles mit. Boah, heftig. Was hab ich denn überhaupt... Oh, jetzt hab ich meine Kranke gar nicht gesehen. So, dann gehen wir mal raus und machen die Gruppe neu. Tagespreis. Ja, warte. Wählen Sie die mit bedacht. Boah. Alle gleich. In zwei von drei Fällen sind die Mitte. Ich hab 350 Bloots bekommen. Also das meiste, was man haben. Ich hab 300 Bloots bekommen. Und bin schon fast Level 2. Nice. Sehr gut. Hab jetzt vielleicht bekommen. XP plus... Ich hab irgendwie plus... 3000 EP... 3000 XP. Ich hab 3500 von diesen Dingern bekommen, glaub ich. Das ist... Okay, warte. Abbrechen sagen. Schnell. Sonst zählt der wieder neu. Und den Stixi einladen. Genau. Dann komm ich mal wieder in die Gruppe rein. Genau. Ich stelle die Partei neu. Richtig. Ich geh mal kurz in den Ausstatter. Ich zeig mal hier einmal die Helga. Ich muss einmal den Leuten hier die Helga zeigen. Guckt sie euch an. Genau. Helga ist ne gute... Ist sie nicht ein Traum? Oh je. Die Helga. Okay. Die Helga ist weg. Also die hat auch noch ganz zarte Outfits. So wie das hier zum Beispiel. Ach nee, hier ist Helga. Ist das nicht schön? Und weil wir schon dabei sind... Wo wir gerade dabei waren. Das Spiel lässt nichts aus. Das Spiel lässt definitiv gar nichts aus. Was sagst du? String Bikini? Nichts. String Bikini. Mit voller Behaarung. Und wir machen natürlich Mitworking. Macht vor allem auf den Raum. Yeah. So und jetzt fehlt noch natürlich der Sumo-Twerk. Ja. Special hier. Shake it, Baby. Shake it, check it. Shake it. Shake it, check it. Und Mischen ist auch gut. Mischen ist dann Shufflen. Das ist nur schlecht übersetzt. Yeah. Mischen. Ach da. Mischen. Und der Vega-Twist. Yeah, yeah. Oder T-Beutel. Ja, der ist auch gut. Ne, der T-Beutel, ja, der ist nicht schlecht mit der. Aber der T-Beutel geht besser. Was ist denn los bei dem? Ja. Ich werde mal Paul gleich schreiben, dass wir die Quali runterstellen. So von dem Channel hier. Ja, aber das... Normalerweise haben wir das nicht. Ich gehe mal so lange auf hier den Axel. Denn den kann man auch noch anpassen. Der hat sein tolles schwarzes Hemd. Ich kann mir das alles nicht leisten, weil ich kein Gold habe. Aber der hat nicht nur Badehosen, wo irgendwas rauskommt. Rausbaumelt. Ernsthaft jetzt? Mach mal die Badehose mit Kampfstiefeln. Und die Tidy-Widy-Unterwäsche. Das ist ja... Alter Falter. Das ist ja einfach nur noch... Also das ist nur noch... Ich verstehe sowas. Das ist das... Ich kann es gar nicht mehr in Worte fassen. Ich kann es nicht in Worte fassen. Was soll ich machen? Sorry. Mach mal die Axel und die Hose und mach mal die Badehose. Oder die Tidy-Widys. Da hängt doch was raus an der Seite, oder? Okay, warte mal. Tidy... Tidy-Widy. Und natürlich auch ein Traum. Wir nehmen nackt. Leute. Hier kann man seinen Charakter nackt machen. Und es baumelt. Baumelt. Es baumelt. Und es T-Beutelt. Yay. Ich glaube, das nehme ich als... Das Spiel ist echt so... Bleibender Schaden. Ich glaube, dieses T-Beutel mit diesem grinsenden Gesicht nehme ich als Thumbnail. Das ist perfekt eigentlich. Das ist einfach zu gut, wie der guckt, der Typ. Oh, wir müssen mal arschlose Kerle mit süßen Snaps, S-less Chaps with Sweet Snaps nehmen. Bei denen in den Hosen. Was für ein Ding? Arschlose Kerle mit süßen Snaps, S-less Chaps with Sweet Snaps. Keine Ahnung. So heißt es jedenfalls. Alter Falter. Das ist ziemlich... Das ist... Ja, doch, doch. Es ist schon modisch. Es gibt auch Kerle. Das ist ja sehr geil. Ähm, warte. Ich habe gerade eine Nachricht von Stixi bekommen. In manchen Szenen ist das die Abendkleidung. Ja, das ist wohl wahr. Das stimmt, das stimmt. Komm schon, lad doch mal hier. Okay, Stixi sagt, das wird nichts mehr mit seiner Leitung. Das funktioniert nicht so, wie es soll. Okay, schade. Dann willst du eben... Jetzt haben wir schon ein Match gemacht, aber ist ja kein Problem. Ich weiß nur nicht, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. Das ist natürlich super schlau. Hast du einen Timer gesetzt? Eine Viertelstunde würde ich so sagen. Gut, jetzt haben wir genug hier nackte Kerle gezeigt. Dann kann ja einer von den anderen wieder rein. Wenn er nicht hier ein bisschen baumeln lasse. Dann sag ich Paul mal Bescheid, oder? Oder wie wollen wir das machen? Äh, ja dann der... Ja, naja, Coop ist gerade in Starbound. Dann sag dem Paul eben Bescheid. Jo. Loadouts. Nein, ich muss alles wegschmeißen, weil ich kann mir das nicht leisten. Ich gehe so lange in die Schmiedekunst und... Mach mal hier ein bisschen, was meine Waffen besser... Statistiken schaden. User, du kannst doch mitmachen, weil Stixi mit... ...mit seinem Internet nichts mehr. Das will irgendwie nicht. Das will heute leider nicht mehr, ja. Der, äh, zickt irgendwie rum. Okay. Du musst nur dein Mikro irgendwie mal einmal besser machen. Du musst mal lauter machen, ja. Jo, das war hochgeklappt. Jo. Kein Problem. Ja, ist auch nicht schlecht. Einfach mal mitten in der Aufnahme die Besatzung zu ändern. Warum nicht? Na klar. Warum nicht? Alles kein Problem. Es klappt doch nie so, wie man gerne möchte. Wir sind ja flexibel. Eben, wir sind ja flexibel, du sagst es. So, ich passe erstmal mit einer Waffe hier an, mit einem neuen Lauf. Kann ich denn einen neuen Lauf verpassen? Ich passe auch meine Waffe an. Ah, hier, Sturmangriff. Nice. Munition. So. Habe ich leider nicht. Okay, ihr könntet mich dann mal einladen. Ähm, ja. Ja, wir haben noch nicht. Wir machen gleich. Achso, okay. Wow. Wir laden dich dann gleich mit in die Gruppe. Wir sind geladen, dann noch in keiner. Okay. Ich muss nur einmal hier, kann ich das kaufen? Hm, du suchst dir das erst aus und dann steht rechts unten speichern oder so. Ah, ja, du hast völlig recht. Du hast vollkommen recht und Transaktion abgeschlossen. Also man hat nur sechs Schaffenslots und dann muss man die kaufen. Warte, nochmal. Man kriegt sechs Schaffenslots pro Level, also nicht pro Level, sondern mit High-Leveln und dann musst du die kaufen danach. Ja, das kommt's an. Bis Stufe 30. Ja, bis Stufe 30. Welches Level seid ihr jetzt? Wir sind schon ein Stückchen. Wir sind Stufe Level. Ja, anderthalb. Fast Level 2. Ah, okay. Genau. Äh, dann wird der Stixi rausgekickt und... Ach, Mensch. Tut mir ein bisschen leid irgendwie. Ja, mir auch. Ja, mir auch. Machst du nix. Er sagt, er ruft jetzt erstmal bei der Telekom an und flamet die alle. Das müssen wir auch machen, ey. Müssen wir eigentlich mal alle zusammen anrufen und die Flamen. Echt, eher so ne Kacke. Vor allem, vorhin hieß es ja noch. So, dann starten wir mal nochmal ein Match. Mal gucken, ob wir diesmal wieder gewinnen. Vielleicht auch mal eine andere Karte. Mal gucken, vielleicht... Obwohl wir vier Stück sind, haben wir zumindest die Chance, automatisch die... Äh, was haben wir jetzt? Och, geil, das ist ein... Gottes Willen. Ach, ich glaube... Warte, nimm mal. Deathmatch oder Gewinnung? Äh, lassen wir Deathmatch, oder? Alles klar. Wissen wir wenigstens, wie es geht. Einmal alles aufschießen. Ich glaube, die kennen Stixi, die mögen ihn nicht. Die haten ihn. Ja. Man muss ja die Capture-Bahn... Das sind so kleine Hater. Die machen immer Dislakes und so. Richtig, in der Tat, in der Tat. So. Der scheint ja schon mal gespielt zu haben, weil der hat irgendwie so einen komischen Avatar. Oder der hat zu viel Geld. Ach, der da. Dieser... Rotted-Game. Rotted. Rotted, keine Ahnung. Wie auch immer der heißt. Wir werden es ihm zeigen. Wir werden ihn alle machen. Wir werden ihn... Hupf. Hm, tut er. Oh, der wird auch zu fordern, Ready-O-Mas-Klicken. Ja, sollten alle tun. Alles klar. Ja. Da fiel einer raus. Echt, stellen wir ein Team. Das ist immer gut. Ach so, scheiße. Ich muss ja mit dem Controller spielen, oder? Nö. Wo ist denn der denn? Ja, weil der ansonsten vibriert. Wieso, wenn ich schieße? Fuck, wo ist der hin? Jetzt finde ich den nicht mehr auch da. Ach, Paul. Oh, fuck. Der Next, du hast du selber. Ja, ich auch. Ich auch. Me too. Okay. Na gut, dann machen wir nochmal neu. Aber immerhin, wir sind gleich in der Gruppe geblieben. Ja, das ist schon mal etwas. Immerhin eine Sache haben sie richtig gemacht. Ja. Also, die meiste Zeit habe ich vom Spiel bis jetzt vom Menü gesehen. Ja, definitiv, ey. Also. Die meiste Zeit bist du hier irgendwie echt im Menü. Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, was man da nehmen soll. Ach, einfach Zufall, oder? Ich würde sagen, wir machen Schlucht, weil Presslufthammer hatten wir gerade schon. Hatten wir das gerade? Ja, wir hatten gerade Presslufthammer. War das nicht was anderes? Ja. War das was anderes? Ja, das war dieses Deathsnatch. Ja, ich meine, das eine Match, was wir gemacht haben. Ja, das war auf dieser Map, aber das war ein Deathsnatch. Echt? Okay, ich blick da schon nicht mehr durch. Alter, es gibt nie einen Brot's ab. Paul? Ja, ich bin das doch nicht. Ich doch nicht. Ja, ja, ist klar. Das sagen sie alle. Das sieht mir nach Controller aus, so schnell wie du das machst. Nee, nee, das ist mit, das ist mit, ähm, mit Maus. Achso. Oh Gott, man muss mein Handy hier. Hello, my friends. Schreib ich doch, hello, darling. Mit Helga wär das sogar noch. Ja, ja. Nee, ich glaub nur der Leo spielt mit der zuckersüßen. Oh yeah. Nein. Nee, ich spiel nicht mit der. Ich hab die nur als Avatar. Achso, okay. Ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Die ganze Zeit so das Gewackel. Vor allem läuft die auch viel langsamer als die anderen. Ja? Ja. Die läuft viel langsamer. Die ist so richtig so, bombardiert bestimmt mehr Leben. Ja. Ich glaub, die ist dann mehr so die Tank-Klasse. Ah, schön. Zumindest will niemand wirklich drauf zielen. Ja, das stimmt. Das ist immer so weggucken, so. Ah, nein. Oh mein Gott. Meine Augen, meine Augen. Achtung, nach unten schießen mit dem Raketenwaffe. Es ist immer das Gleiche. Ja. Dead spawns. Okay, ich bin tot. Das ist aber auch jedes Mal so, ne? Man startet immer alle gegeneinander und irgendwie fliegen alle in die Luft. Ja. Das ist wahrscheinlich sogar Absicht. Ich glaub auch. Ja. So, was hab ich denn hier als Zweitwaffe, das Ding? Bam, komm her. Nice, ich hab den noch mal getroffen. Der eine ist da rechts weg. Sieh grad oben rum. Oh, oh, ich hab hier ein. Ei, ich hab ein Zielfernrohr bekommen. Nice. Okay, ich wusste ja, ich hab irgendwas geändert. Ist klar, ich bleib hinten und sniper sie weg. Was man dazu nennen kann. Machen wir. Wie zum Spiel. Ich muss sie nur noch finden. Wow. Man sieht die Gegner auch echt quasi instant auf der Karte, ne? Mit Verstrecken oder so, ist hier nix. Ja, stimmt. Da oben ist die gerade um gewesen. Auf die Karte schon hab ich gar keine Zeit. Es gibt ne Karte. Ja, rechts oben. Äh, was haben wir hier? Deathmatch, ne? Was ist denn hier dieses... Deathsmatch? Ja, okay, Deathsmatch. Was ist denn das hier dann? Achso, wir müssen aber noch, ähm, hier, das ist so wie praktisch dieses Abschluss bestätigen. Oh mein Gott. Irgendwie. Abschluss bestätigen? Das ist sowas ähnliches, weil hier liegen irgendwie so ne komischen Flaschen rum. Die muss man einsammeln, ansonsten zählt der Köln nicht. Okay. Stimmt. Die liegen hier wirklich rum. Okay. Ist da? Oh fuck. Die kommen im Double Team, äh, die kommen im Tag Team. Kacke. Sammel die. Winter sammelt das Ding ein. Ah, ist denn gesprintet. Die Sau. Alter, kommen da viele. Wow, da kommt das ganze Gegner-Team. Da sind nur vier. Oh ja, zu mir. Das sind nicht mehr als gerade. Da sind immer noch nur vier. Und einen hatte ich fast. Da, den krieg ich. Jawohl. Hin, 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 hin. Hat die Neid. Aua, aua. Oh, pass auf. Schieb zurück. Nicht wegrennen. Oh, der fliegt gerade so ein Organ. Ich wollte gerade, warte, ich wollte gerade den Yolo-Swag aufnehmen. Ah, ich muss weg. Oh, ho, ho. Okay, ich auch. Oh, kommen da viele. Ey, ich hab das ganze Ding, das ganze Gesicht. Ey, ich hab ein Loch im Rücken. Mein kompletter Oberkörper ist weg. Ist egal. Hast zwei. Ich bin die dicke Ische, ne? Ich bin die dicke Ische, lass mich in Ruhe. Du bist auch die Dicke? Ja, ich hab aus Versehen die Dicke genommen. Mach den Schaden an. Ich hab aus Versehen die Dicke genommen. Äh, ich weiß nicht. Ey, drei Kills und nur einen bestätigt. Das ist ja peinlich. Hinter dir, Leo. Oder wer da rum auf mich schießt. Oh, da ist wirklich jemand. Ach, nee. Na ja, hättest du mich hier verarschen können. Nein, nein. Kriegen wir, kriegen wir. Nice. Hin, renn. Sind die unten. Was ist hier? Zwei sind hier. Waaah. Das können ja viel mehr auch nicht sein. Vier, alle vier sind da unten in der Schlucht. Sehr schön. Nice. Du, Mann, er war nur schnell. Gerettet hab ich euch. Ich sammel jetzt hier noch. Ha, ich sammel hier vorgeheir die Flaschen ein. Au. Sammelt mich ein. Waaah, geil. Denied, denied, denied. Komm schon, weg hier. Ich hab keine Dinge ins Meer. Au. Kacke, der kann von der Seite. Ey, das ist aber auch die Spawn-Points. Sind aber halt echt bitter. Boah, da sind, diese, diese Minen sind mies, oder was ist das? Das ist auch meine Sekundärwaffe, aber. Die sind richtig mies. Der fetzen dich bis auf die Knochen. Kannst überall hinwerfen. Ich weiß nur nicht, ob die irgendwie explodieren oder nicht oder so. Nee, nee, die bleiben halt hängen und machen die halt Schaden. Über Zeit dann? Ich, die sind, die hab ich auch nicht ganz verstanden, die Minen. Ich hatte ja jeder Klasse schon einmal kurz, jede Waffe hab ich mir einmal kurz angekauft. Die hab ich irgendwie nicht verstanden, die Minen. So, so, du hast also vorgearbeitet sozusagen. Genau. Ist ja kaum zu fassen. Oh, da war ich schnell tot. Äh, unten im Canyon drin. Und oben im Canyon. Und oben. Scheiße. So. Aua, aua. Ach, kacke. Ich hab den ganzen Körper voll mit den Dinger. Alter, Finne. Ja, das ist richtig übel eigentlich. Die machen uns grad fertig. Kann ja wohl nicht sein hier. Ein bisschen. Ja, minimal. Ein bisschen. Kann ich jetzt eigentlich, ich könnte das nur meine eigene Klasse hier nehmen. Ich kann die nicht wechseln. Da war einer grad, der ist da. Dicke. Da kommt einer. Ja, schon gesehen. Oh, die war ich hier gegeben. Oh, ho. Das war ein Volltreffer. In der Rakete. Ich hab, ich hab irgendeine Erwischenung an meinen. Oh, man, oh, man, oh, man. Die kommen einfach jetzt von der anderen Seite. Der ist ja nicht doof. Oh. Oh, von hinten oder was? Ja, ja, von hinten. Scheiße. Der ist fast tot. Okay, den einen hab ich. Oh, nicht mehr tot. Und ich hab, muss mal einsammeln da hinten. Ich hab kein Gesicht mehr. Ich hab kein Kill gemacht, ja. Ich hab kein Gesicht mehr. Nein, Leo, du hast noch nicht einen Kill. Ich komm nicht klar mit dem Game. Aber überhaupt nicht. Alter, wo kommt der denn her? Töti. Durch die Spikes wird man langsamer. Ja, das kann auch sein. Das glaub ich, das auch. Möglich. Boah, alter. Scheiße, ich muss nachladen. Toll, das ist... Ja, ich hätt dich auch nicht retten müssen, Leo. Tut mir leid. Ja, verdammt. Der ist fast down. Fast down. Äh. Kacke. Der hat noch ein halbes Leben, der Typ. Ich hab irgendein Tesla-Ding. Okay, den anderen... Ah, Leo. Äh. Also, ich spiele schon ganz schön hektisch, muss man ja sagen. Ja. Hast du dieses Elektro-Ding eingesammelt, Leo? Ja, die ist ganz nice. Die ist auch gut. Du musst nur aufpassen, die überhitzt. Okay. Hol der Ding, hol der Ding. Durchlaufen, durch, die blauen Ding. Oh, mein Rücken ist weg. Oh, da kommt einer zu euch. Zwei sind da. Boah, wie schnell immer, wenn man stirbt, ey. Ah, ich muss nachladen. Bei diesen zwei ist Gott. Ja, ich hab ihn gesehen, ich hab ihn gesehen. Und ich hab noch einen. Aber den anderen krieg ich nicht mehr. Scheiße. Einen hab ich noch gekriegt. Und ich bin aber... Okay. Na, nee, ist zugelassen worden. Scheiße. Boah, von hinten. Oh, der Mann. Ich bin leer. Dann lass doch nach. Ja, ich war mit in dem Kampf. Oh, ha. Ich hab ihn dir in den Punkt geholt und wurde, glaube ich, ja. Ich rette dich. Oder ich rette dich. Ich räche dich, Winter. Gut, dann zum uns auch ein. Wunderbar, yo. Fuck it. Genau. Hinter dir. Dreh dich um und schieß. Ich bin schon tot. Dann dreh dich ja nicht mehr um. Okay. Ich lieg da beim Canyon direkt. Und da liegt irgendwo meine... Ja, ich hab dich schon. Ja, schon. Gut. Achtung von rechts. Ja. Ah, kacke. Scheiße. Mit der Granate hat er mich. The enemy's kill confirmed. Ey, der eine hat schon 15 Kills. Ja, der geht gut ab. Das ist angeblich sein erstes Spiel. Ich glaub auch nicht. Wo seid ihr denn alle schon wieder? Ja, ich bin wieder da, wo ich eben war. Oh mein Gott. Wieder direkt beim Canyon. Oh Gott. Okay, ich glaub ich sterbe. Jo. Komm schon, stirb. Zwei. Boah, zwei da unten, ey. Waaah. Fuck, ich lieg unten im Kenner. Ei, 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 ei. Okay, sie sind beide halb down. Es sei denn, die finden irgendwie so ein Heilding. Und der hat so einen kacken Laser. Da oben hoch, da oben hoch. Ach, scheiße. We have lost. Nein. Dabei waren wir gerade so gut. Wie geil, wie alle gleich aussehen. Ich finde das ja auf jeden Fall. Alle mal genau dieselben. Ja, ja, klar. Sein first ever game. Erzähl doch keinen Scheiß. Ich wollte ihn mit so hochgegränen machen. Ja, ja, eben. Am Arsch, der Junge, ey. Am Arsch. Boah, fast Level 2, ey. Ja, aber so fast, leider. Bei mir nicht für Level 2 gereicht. Nein, bei mir auch nicht. Schade. Ö, nee. Was nehmen wir? Gewinnung? Äh, die Alpha. Die andere hatten wir für ihn schon. Jetzt. Warum schreibt der GG? Wenn wir ihn LOL oder was? Oder ihn Dota oder was auch immer. Warte mal, ich muss jetzt hier irgendwie meinen Loadout mal changen. Changen. Jetzt kommt Axel. Axel kommt am Start. Axel am Start. Axel am Start. Axel am Start. Hoffentlich bin ich jetzt noch bei euch mit drin, ne? Ja, besser. Ja, ja. Alles gut. Aber das Ready zählt dann nicht mehr. Ja. Ich hab grad mitgekriegt. Weil irgendwie manchmal, äh, fliegt man da irgendwie raus, dann wieder nicht. Also ich hatte schon mal, dass ich in der Lobby war, dann hab ich da bei Loadout und so durchgeguckt und dann war ich raus. Hm. So, einer pennt wieder hier. Irgendjahr geht ja trotzdem los. Gleich. Ja, es kann aber sein, dass der rausfliegt und wir deswegen wieder komplett diskonnet haben. Oh, der ist rausgeflogen. Der Stixi wünscht uns viel Spaß. Bei dem ist das komplette, die komplette Leitung tot. Oha. Da ist irgendwas, irgendwas da unten bei ihm, wo er wohnt, ist gerade irgendwie nicht richtig bei der Telekom. Die haben gerade da ein Problem. Das wird wohl ein paar Tage dauern, eventuell sogar, bis das Internet wieder da ist. Das ist, äh, das ist, äh, bitter. Bitter ist das. Das ist, äh, oder wir stehen wieder alle nebeneinander. Äh, äh. Brenn. Wui. Spring doch weg. Ich hab's überlebt. Ah, ich nicht. Fast mit Full Life. Wuhu. Hat noch ein Kill gemacht. Nice. Was ist denn, was müssen wir jetzt nicht machen in den Modus? Irgendwelche Steinchen sammeln oder so. Hä? Ach, das war nur der Oberkörper, der da langgerannt ist. Nur der Oberkörper. Könnt ihr jetzt über meine Granate glauben? Da hinten sind sie. Ich hab zum Glück sonst ein Sniper-Ding hier. Man kann ja auch so ne Rolle machen, ne? Ja, ich weiß. Dadurch bin ich ja eben entkommen. Meinem Tod. Alter, was schießen die denn so weit? Ähm, was müssen wir machen? Zwei, zwei an dem einen Ich weiß nicht, man muss irgendwas, irgendwie so ein Stein klauen und den irgendwo reinschmeißen. Warte mal, da steht doch hier. Sammler sammeln sie Plutonium. Sind wir die Sammler oder sind wir die anderen? Äh, bei mir steht, du bist Sammler. Ich bin ganz oben. Ansonsten töten sie die verweinerten Sammler. Schützen sie ihre Sammler. Oh, damn. Achso, ich hab jetzt so ein Radioaktivzeichen über den Kopf. Glaube, wie diese anderen Typen da. Achso, ja. Okay. Dann bist du unser Sammler, wir müssen die Schützen und du musst Plutonium sammeln. Okay, wo finde ich den Scheiß? Bist du hier Plutonium? Irgendwas blaues auf jeden Fall. Oh mein Gott. Ich kann mich jetzt nicht mehr wehren, offiziell. Also ist keine Waffe quasi, oder was? Genau. So, Plutonium ist drin. Ich bin immer noch Sammler. Wo bist du? Da oben. Oh, Alter, mein Rücken ist weggefetzt, ey. Die interessieren sich gerade irgendwie gar nicht dafür. Ich glaube, die checken das selber nicht. Ich glaube auch nicht. Also wir haben auf jeden Fall gepunktet. Aber die haben auch einen Sammler, ne? Also müssen wir auch gucken. Also du bist... Wer ist jetzt von uns der Sammler? Paul, Paul. Paul ist der Sammler. Also wir müssen den verteidigen, den Paul. Genau. Ja, ist klar. Wo bist du denn? Ah, da. Ich bin... Ja, hier unten. Was, irgendwie? Ganz ehrlich? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, scheiß Camper, ey. Ich, äh... hau dem einfach das ganze Ding in den Ohren hier. Die kommen, die kommen, die kommen. Ja. Boah. Hier unten ist auch einer. Was sind die denn, Alter? Oh, hier. Ah, stirb doch. Kacke. Schnell, nimm das Ding mit. Ah, scheiße. Der hat eine Granate gebraucht. Oh, Beihilfe zum irgendwas. Der hat eine Splittergranate. Der ist auch nicht mehr Level 1. Oh, ich hab diese... Okay, whatever. Äh, du hast gepunktet, okay. Ah, der... Die punkten, glaub ich, gerade auch. Was macht denn der andere Sammler da eigentlich? Macht der da... Sammelt der da? Ich weiß nicht. Ich glaub, die kriegen da nicht gebacken. Also, wir müssen irgendwie gucken, dass wir Paul schützen und gleichzeitig, dass er... Jetzt ist er gerade erst mal ein Gleichstand. Jetzt hab ich hier so eine Scheißwaffe. Also, ich bin so gut wie tot. Die Gegner sind... Oh. Führen gerade. Also, wir sollten vielleicht gucken, dass... dass mindestens einer guckt, dass der andere Sammler nicht so viel sammelt und ihn immer tötet und... Ja, ach du, ich... dass wir zwei anderen... Genau, dann machst du das und wir gucken, dass wir Paul schützen. Eskart, du bist der Sammler. Achso, du bist, okay. Direkt kommen da drei Leute. Ja, warte, warte. Ey, ich hab das Ding aufgesammelt, da waren direkt drei Leute um mich rum. Und die sind alle down fast. Kilti, kilti. Bleib mir nicht immer der Collector? Ja, nee, jetzt muss ich dem Sammler helfen. Jetzt bin ich tot. Mal ganz kurz gucken. Schaut euch mal kurz um, wer bei uns jetzt der Sammler ist. Irgendwie gerade gar keiner. Ich hab den Sammler von denen. Du bist, du bist Paul. Ach, jetzt bin ich wieder. Bei mir stand es mir eben nicht down. Paul, komm, du Entdeckung. Ja, ich bin so gut wie down. Ich muss mir das mal leben holen. Okay, also wieso sieht das aus, dass hier kein Ding ist. Au. Kacke. Was ist denn jetzt das Plutonium eigentlich? Dort, das blaue. Was da an den Minen ist, oder was? Die Kristallen, die Kristalle, ja. Weil die Dinge echt ohne Änderung. Oh, was? WTF einfach nur. Weißt du, ich bin nicht davon. Winterherz. Jo, ich versuch gerade. Alter. Hier liegt auch was, Paul? Winterherz ist ja nicht ich. Ach so, Winterherz. Das wechselt ja immer. Ich renne hinter Winterherr. Au, ein gepunktet. Irgendwie spielen die besser mit ihm als wir, glaube ich. Ich glaube auch. Die sind eingespielt. Da sind irgendwie immer zwei. Der ist tot. Oh, mit der hat sich verfolgt. Der andere Sammler. Wieso kann der schießen? Naja, du kannst schießen. Wenn du nichts in der Hand hast, kannst du schießen. Ach so, okay. Ich habe mal den Sammler von denen getötet. Kill ihn, Winter, kill ihn. Nice. Da ist der Sammler von denen. Der. Er spawnt aber auch immer so weit weg vom Sammler, ey. S-Cut ist. Mist, ich habe ihn noch erwischt, aber bin leider noch gestorben. Boah. Der gibt mir hier gerade ordentlich, der Typ. Helfen Sie dem Sammler. Oh, okay. Okay, ich habe den Sammler noch getötet von denen. Meine Güte. Und dann bin ich in die Luft. So, Winterherz ist wieder... Gut. Ah, komm, den Kredi noch. Komm. Ah, komm. Nö, mein Essen. Nice. Ich habe Double-Kill getötet. Mann. Obst, Alter. Uh, ich bin der Collector. Alter, ey. Ich komme gar nicht zum Sammler, weil irgendwie überall Gegner sind. Ich bin hier auch gerade irgendwie der Collector geworden. Oder der Sammler. Ja, ich habe das Ding dann immer einsammeln können, ey. Ich bin schon vorher gestorben. Bleibe ich der Collector oder... Ne, ich bin schon wieder jemand anders. Ja, ja, ich bin Leo. Okay. E-Pick-up. Ah. Und jetzt hier hin bringen, oder was? Okay, ich habe was gesammelt. Ich bin tot. Aber ich habe was gesammelt. Immerhin, immerhin. Wird mir das angezeigt, wie viele wir haben eigentlich. Rechts unten. Ja, links unten, sorry. Rechts unten. Ah ja. 1200 Gleichstand. Okay. Hier ist der Collector. Geld in. Ja. Ah, kacke. Alter, ist ja schnell. Boah. Okay, ich bin dran. WTF. Er hat mich auf dem Weg in die Luft gejagt. Hat jemand den Collector von ihm getötet? Ich habe es gerade versucht. Ich hatte ihn fast. Wir sind der Sammler von uns da. Eskart ist genau neben uns gewesen gerade. Eskart, du bist... Äh, wo muss ich hin? Äh, das weiß ich gerade selber nicht. Eskart. Das sieht man auf der Karte. Sehr gut. War direkt um die Ecke. Liegt hier noch was? Ich bin immer der Sammler, ne? Ja, ja, du bist so lange, du stirbst. Da unten liegt noch was. Oh mein Gott. Hier drüben liegt was. Ich habe schon, ich habe schon. Ach, hast du schon, okay. Liegt noch was. Hier drüben. Auf der anderen Seite. Ich bleibe in der anderen Richtung, glaube ich. Oh, ne, ich bleibe da nicht in der anderen Richtung. Hier ist noch ein Gegner. Bei mir ist auch ein Gegner. Scheiße. Der ist fast tot. Ich habe mich verlaufen. Der kommt jetzt hoch. Der kommt jetzt hoch. Ah, ich renne nochmal. Komm, die kriegen ihn noch hin. Sauber. Sauber. Und der ist auch da unten. Sehr schön. Sehr gut. Hier ist auch noch was. Hier oben. Ja, ich habe hier schon was gefunden. Achso, okay, hier. Sehr nice. Very nice, very nice. Die föhnen aber immer noch. Was? Ja, genau. Die sammeln natürlich auch. Der Sammler ist natürlich von denen irgendwo. Die machen wahrscheinlich genau das gleiche wie wir gerade. Sehr schön, ja. Sehr schön. Irgendeiner hat den zerfickt. Okay. Die kamen gerade mit drei Mann, keine Chance. Ja. Okay, ich glaube, ich störe jetzt mal ein bisschen den Sammler da. Ja, immer dem Sammler hinterher. Ja, einer sollte immer dem Sammler hinterher rennen und die anderen drei deffen unseren Sammler. Also, die anderen zwei. Wow. Alter. Die haben wir uns aber auch drauf hier, ey. Ich glaube, mein Leich hat gerade ein Stinkgefühl mal gezeigt. Ja. Die sind nicht so schlecht, die Jungs, das muss man sagen. Ja, ich bin Sammler. Oh mein Gott. Wow, wo ist der Gegner? Da hinten. Komm, Paul. Lauf. Ich mache mal so eine Rolle mit meiner Dekke. Ui, ui. Alter, finde irgendwer. Schießt der wie blöde. Ah. Boah, hier sind überall Gegner. Hier sind überall Gegner. Oh mein Gott. Die kommen irgendwie aus englischen Löchern gekrochen, ne? Das Gefühl. Wie die Ameisen. Ich renne hier um mein Leben, ey. Gerade. Hier ist der Sammler bei mir. Ja, komm. Stirb. Du Hund. Oh, fuck. Komm schon, stirb. Okay, jetzt bin ich da und ich habe drei Sachen oder so gesammelt oder vier. Der ist fast tot, der Sammler von denen. Nee, ich sehe ihn bloß nicht. Fuck. Boah, fast tot ist der. Noch einen live oder so. Noch einen live? Wo ist der? Ich habe ihn. In der Mitte unten. Oder irgendein anderer, ich weiß nicht, der ist auf jeden Fall bei mir gestoppt. Very nice. Haben wir. Komm, wir sind fast dran jetzt. 2100. Wo sind die denn? Der ist immer bei uns Sammler, Winterherz. Oh. Schützt der Winterherz, oder? Ich versuche mir mal den anderen Sammler zu holen. Oh mein Gott. Oh, ich schütze mal Winterherz hier, der ist wie ein Gegner. Oh, fuck. Ich werde es auf keinen Fall schaffen. Komm schon, stirb. Nein, jetzt muss ich nachladen. Back. Ich habe ihn. Er ist ein Sammler. Sehr schön. Hier ist noch irgendwo einer, er ist gerade. Ich bin jetzt gerade Collector geworden. Okay, hier sind die schon. Aber ich habe deren Sammler gleich. Wo ist denn das Ding? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Ach, hier. Wir sind außen rum. Lauf einfach im Kreis an der Wand lang. Die sind meistens nicht zu übersehen. Die siehst du auf der Karte. Und da steht ganz fett irgendwie abliefern. Oder irgendwie sowas steht da noch. Ich gehe jetzt mal ein bisschen aufmischen hier. Ach, hier ist der Collector von den Gegner. Ja, der hat gerade Zeug. Ja, uh, die sind aber auch hinter mir her, weil ich auch der Collector bin. Ah, kack, ich bin tot. Scheiße. Oh, fuck. Alter, irgendein, der macht ja... Fuck hier, ich bin direkt beim Collector, aber ich bin nicht down. Komm, wir führen, wir führen, wir führen. Der hat 20 Kills, ey. Ist egal, wir führen trotzdem. Ja, wir führen gerade. Warte, wir haben gerade richtig gut die Collector's platt gemacht von denen. Da hinten ist der andere Spacken. Ah, Mist, Collector. Ich habe den Collector nicht erwischt. Dieser 621-038-123-901723 ist ziemlich gut. Oh, ich bin zusammen. Fuck, dem ist Gott. Ja. Wir müssen hier aufmischen. Scheiße, schon wieder. Jetzt sehe ich den gar nicht mehr auf der Karte. Ey, könnt ihr mal mir helfen? Ich bin in der Mitte. Oh, fuck. Ich habe hier gerade rum. Der bleibt unten in der Mitte drin, super. Was mag ich denn hier eigentlich? Das ist doch gar nicht der Collector. Aha, Leo. Park, es ist gerade noch unentschieden. Unser Collector muss jetzt schnell zwei Punkte machen. Ach, Mann, der ist fast down, der Collector von denen. Sehr schön, wir haben gleich gewonnen, noch einen Punkt. Ja, nice. Der war fast davor, ey. War ganz, ganz knapp. Der war fünf Meter von dem Ding entfernt. Ja, ja. Das war knapp. Hier, komm, wir tanzen. Wie geht denn das? Also, ich weiß nicht, ich spiele mit dem Controller. Ich mache das mit den Pfeiltasten. Ah. Ach, ich bin, ich wechsle die Waffe. Ich bin der mit dem Kopf da. Der, der keinen Kopf mehr hat, besser gesagt. Ja. Und Level 2. Nice. Kriegen wir jetzt irgendwas? Gar nichts, ne? Ne, sieht besser aus. Neu'n Waffenslot. Oh, ist ja langweilig. Ich würde 5.000 von diesen Dingern. So. Da kommt nochmal einer eins und dann. Ja. Haben wir langsam mal genug von dem Scheiß. Mal Blitz machen. Ne, Blitz, was ist denn, ja, oder was ist denn Death Snatch? Death Snatch ist das mit den, äh, Abschluss bestätigt. Achso, das ist auf, okay. Ja, dann lass Blitz nehmen. Leo ist der Blitz. Oh yeah. Oh nö. Nicht für, nicht schon wieder dieses Abschluss bestätigen. Wollt ihr mal voten, oder? Ja, warte, warte. Warte, ich habe gerade noch meine Waffe verbessert. Ähm, was nehmen wir? Oh, Leo auch gerade noch. Blitz. Blitz. Alles klar. Das war auch nur noch eine Stimme. Blitz, Blitz. Blitz, Blitz. Blitz, Blitz. Blitz. Blitz, 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 Blitz. Blitz, die Blitz, 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 Blitz. Ach ja. Ach, Stixi's in Loadout. Sag nicht, er hat wieder, er hat wieder Internet. Captain Titus. Das Blitz. Die einzigen von denen, die gut waren, sind immer noch drin, so eine Scheiße. Hm. So ein Käse. Unge der Name mit den Zahlen noch. Das ist doch bestimmt... Vielleicht seine Handynummer. Das ist ja eine Bankleitzahl, seine IBAN. Genau. Sein Passwort von irgendwas, genau. Das ist seine Kontonummer und sein Konto-Pin. In einem. Genau. Hm. Na dann. Aber nicht... Gut, oder? Nicht in richtiger Reihenfolge. Achso. Achso. Viel Glück beim Rausfinden. So geil wie man dann am Anfang noch mal macht ist. Gleich nach hinten wegrollen, gleich nach hinten wegrollen, dann mach ich zumindest. Go! Ui! Oh mein Gott! Dicke Erna rennen! Fuck, ich war fast draußen. Ich hab keinen Kopf mehr! Ist egal. Was müssen wir denn machen? Ach, das gleiche Map wie gerade. Hast du wie immer keinen Kopf mehr? Ich hab eben, ich hab nie nen Kopf, ich laufe echt nur mit, man hat eigentlich so'n witzig kleines Gehirn, der Typ. Mein dann dicke Erna hat überlebt. Angriff? Okay. Ach, das ist wieder mit Themen. Ja, ja, ja. Das ist hier so, wie heißt das? Das ist das, was wir als erstes gespielt haben, oder? Ja. Und man kann von oben rauf springen, das ist geil. Die Stille muss ich mir merken. Oh ja, irgendwie, aber den, oh fuck, mit dem ich spielen muss, komm ich nicht richtig. Warum denn nicht? Oh mein Gott. Wieso? Das ist doch wie Checkpoint eigentlich quasi oder so. Ja, ich weiß, bloß eh ich immer da bin. Oh mein Gott, ich werd hier so hart geschossen. Da ist einer auf dem Weg zum Punkt. Wow. Da ist noch einer beim Punkt. Die wollen den Punkt haben. Die sind zwei beim Punkt. Ich schieß grad von oben auf den, das ist auch witzig. Oh, ich hab mich selber getötet. Glaube ich. Ja. Ja, ich war frustriert. Ach scheiße, das ist der falsche Control-Punkt. Kacke. Wo ist der nächste Control-Point? Direkt drunter. Ach. Ach. Ach, hier ja. Ach, da. Ja. Oh mein Gott. Direkt Granate erwischt. Ja. Da war ich mich. Die kriegen den nicht, Alter. Ich hab' die vergessen. Ich hab' die vergessen. Alter, zwei sind fast down. Ich hab' mit dem, mit dem Ding, mit den Stacheln hab' ich mir ne fette Streuung gekauft. Ich hab' jetzt hier voll die Shotgun. So, die sind fast down. Tauen. Die sind fast down. Ich hab' richtig schon mal ein Granate. Kann es sein, dass wir gar keine Captures haben? Richtig, wir haben jetzt ja keine Captures. Was war jetzt so? Die sind die Ober-Pros. Wir haben zwar Kills, aber alles andere nicht. Und die sind nur halt gerade zu dritt gewesen. Fuck. Ha. Der ist weg. Nein, jetzt ist mein Auto noch her. Blitzen sie den Punkt. Zeigen sie, dass sie Arsch in der Hose haben. Okay, ich bin oben. Double kill hat mich gekillt. Ich hab' den Punkt oben. Das ist übrigens nicht mit der Capture Point. Nee, ist oben jetzt. Oh, was? Oh. Das Ding, die Gegner aber gerade auch noch. Eine Tasche steuert. Wir haben die noch nicht gemerkt. Von daher, noch haben wir ihn fast. Wir haben ihn fast, wir haben ihn fast. Rettet mich, rettet mich, rettet mich, rettet mich. Ah, ich muss jetzt mal rein. Oh mein Gott. Nice, ich hab' perfekt der Ober- Hier stehen immer noch unten, die Gegner. Wie geil. Gut. Okay, aber am nächsten ist... Die sind alle noch unten. Wo ist der nächste? Ist der wieder unten, der? Da hinten ist der nächste Punkt. Ja, ich renn hin. Ich bin auch schon da. So. Kannst du den Knall gehen? Ja, geht auch. Genau, ihr macht die Gegner und wir kümmern uns um den Gegner. Ich glaub, wir stehen immer noch unten, kann das sein? Ja. Nice. Aua, jetzt kamen sie's gemerkt. Hä? Ich wär von irgendwas beschossen und sehnisch. Was ist denn der nächste? Da. 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 Jetzt ist der unten. Da. Da ist der unten der? Greifen an. Ach kacke. Der ist hier oben. Mit dem... Und das ist einer unten. Also ich weiß nicht ob das Ding unten ist. Auf jeden Fall steht unten einer. Oh, und das ist jetzt weg. Der Grad von Winterherz sagt. Jetzt vergisst es eh weg. Boah, fuck. Ich glaub, wir werden ziemlich verlieren. Wann da fahren, wo der nächste Punkt ist, ne? ich stehe schon dran ich habe sicherweise heute stehen draußen springen alle nach unten ja der ist auch mitte aber der ist nicht so nah mitte der ist sondern das ist ja quasi auf der anderen seite ich denke hier ein bisschen ab wenn die europäische ja lenken habe ich schon links dran da kam sie dann aber ich habe schon gehabt da kam sie mit drei mann verdammt wo der ist hier oben wieder schön bin da ich komme ich noch ein gegner ich bin auch sofort da war scheiß bin tot ach da war noch einer hinter mir scheiße kacke sind sie alle da er ist da schon zur hälfte weg ja komm komm schon kacke ich bin auch schon wieder tot ey so ne scheiße was ist denn das mit diesen blöden sticky dinger nein wir kriegen die das gleich wieder da der punkt ja es ist immer nur dasselbe oben hinter dir hinter dir hinter dir ja genau und hier unten unten ist wieder einer ja ich muss eben den punkt übernehmen den habe ich ach kacke holt ihr den punkt holt den punkt da stehen bleibt da stehen bleib da stehen bleib da stehen bleib da stehen nice nice haben wir jetzt gleichstand haben uns beide geholt paul ja der wird seinem namen wenigstens gerecht von daher mitte mitte oben oder unten im gebäude mitte naja mitte mitte sind sie ja alle wieder ach kacke ich hab'n fast mist einer ist fast down sauber ei ohr sind das viele davon die sind beide fast down spring einfach rein schnell einer schnell hauptsache irgendwer ne war irgendwie nicht sowas einer ist down der andere auch Komm, müssen wir nochmal drehen, die können auch von oben runterspringen, ne, ah ne, können sie nicht, ist die falsche Stelle Boah, kommt drauf, geht's auch von oben Hinter uns, hinter uns, hinter uns Sehr schön Boah Ich hab mein Bein verloren, ich hab mein Bein verloren Das ist nur eine Fleischwunde Wir führen gerade, ist ja das Ja, dann guck mal, lass mal gucken, dass das so bleibt Ja Fuck, weiter geh nicht, nicht auf die Gegner schießen jetzt hier, Alter Boah Scheiße, die erobern Ja, ich renne hin Ach, der ist oben, oder wo? Ja, der ist oben, Mitte Scheiße, ich bin völlig falsch gelaufen Äh, nicht in Mitte, Rand Gut, dass mir eine unendlich ausdauert in dem Gang Ja Weiß gar nicht, warum man dann überhaupt die Funktion rennen hat Ja, rennt da mal hinten hin rum Oh, fuck Okay, nächster, nächster, nächster Geil, hier stand gerade Ist bestimmt hier drinnen, oder? Hab da ein paar im Nacken Aber die wahrscheinlich möglichst weit von den Von den Spielern nicht bauen Oha, müsste Mitte sein Mitte unten, ne? Hier schon ein Gegner Die übernehmen gerade, die übernehmen gerade Der eine ist fast down Beide sind fast down Sehr gut Packt ihr das ja oben Boah Scheiße, ich dachte unten Kacke, kacke Ja, wir sind aber Wir sind dran, wir sind dran Ich komm, ich komm, ich komm da auch hin On my way Kacke Ja, den hab ich gerade getötet Ich dachte eigentlich, der bewegt sich noch Aber ne Ist denn wieder da? Komm, die alle her! Alter, Finne! Boah, die Tester liegt da am Point Ah, zwei hab ich gekriegt Übernimm den Punkt Zwei hab ich gekillt Ich kann hier übrigens auch an der Seite reinspringen, ne? Du hüpfst da sowieso rum wie so ein Eichhörnchen One Capture, nice Welcher? Dein Ich bleib mal hier an dem stehen Mal gucken, vielleicht haben wir Glück Ich glaub, die spawnen möglichst weit weg Unten der in der Mitte Ja Ja, ja Ich bin dran Hälfte haben wir Oh, der ist böse, ja? Das ist gar keine Deckung hier Egal, wir machen den, wir machen den, wir machen den Sag da jetzt, ich kill den! Bam! Bam! Nice Nice Ich hab keine Chance, so Just got Ja, immer der ist immer Shit-Team, hm? Das Gegner-Team ist immer scheiße Ja, ja Mann, das ist nie selbst Genau Oh, Winter jetzt hat er aber gerockt, ey Ja Finde, ey Aber das ist der XC, Winter Äh, das ist, ich weiß nicht, wie ich den Chat angeschaltet hab, weil ich den Taunt gesucht hab Alles gleich Ich verstehe Ich verstehe Du warst so bei Level 3? Oh, du bist so ein Shooter He Hat er schon gespielt, ne? Und richtig XP auf die, ah, auf die Vollautomatik Nice So, ich hab keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon gespielt haben Das ist aber, äh, das ist aber, äh, das ist wieder so ein Spiel mit vier Leuten im Team, macht das Bock Wenn er halt jetzt, äh, wenn er halt jetzt auch mit randoms zocken müsste, wär das glaub ich übelst scheiße Mhm Hab ich so das Gefühl Natürlich noch Beta Ist das eigentlich noch Beta? Hat einer eine Ahnung? Ich, ich glaub nicht, oder? Nee, ich glaub nicht mehr Also, Stuxi meinte, es war eine ganze Zeit lang in einer Beta Ja Weil so viele Sachen halt einfach noch, äh, nicht verfügbar sind, deswegen Und diese Achso, ja, naja, ist halt eine gute Frage Ja gut, diese, äh, gut Mich ärgert ja schon wieder, dass man diese Space Bugs nicht, äh, so kaufen kann Oder nicht im Game bekommt Aber so wie ich das sehe Außer XP-Bomus Es scheint kein Pay2Win zu sein, immerhin Achso, okay, ja Obwohl Mal im Shop gucken, ne? Ich bin grad auch mal im Shop Äh, vier, achso Also, es gibt solche Starter-Packs hier Ja Man kann, äh, nen Gunschlitz holen Also, mit Gunschlitz, dann meinen die also nen Weaponslot Man kann auch seine Waffe drehen, habt ihr schon gesehen im Dings? Ja, ja, ist ziemlich cool eigentlich sogar Sieht ziemlich geil aus Ja Okay, man kann eigentlich nur XP-Boost XP-Boost, Avatare, neue Klamotten und so nen Kack halt kaufen Also, keine Waffen oder Irgendwie die Vorteile eigentlich Ich glaub, das Teuerste, was man kaufen kann, ist der Nucked Eye Axel Ich guck mal, das kostet 35.000 von diesen Münzen 35.000, das heißt Das kostet 40 Euro Ja, okay In etwa Also, das ist so ziemlich das Teuerste Das, äh, ja Gut, dann rennt der dann nackig durch die Gegend Das ist auch natürlich Absolute Badass Starter-Pack kostet 36.99 Ja Aber dieses Nucked Axel, oder Axel, das ist auch absolut das, was ich brauche jetzt, ne? Ja, ja, ich bin davon ausgegangen Erst recht bei der Helga, oder wie er heißt, oder Holger Ne, bei der gibt's das nicht, das gibt's nur bei dem Axel Nur der kann nackig sein Der kann nur den baumelnden Schlömpel Pilömpel Balömpel Hab ich das überhaupt schon gezeigt hier Achso Schalte Das wollen bestimmt alle sehen Werden es noch nicht gezeigt, das zeig's Ich hab's vorhin schon gezeigt Ich bin mir nicht sicher Lass ihn noch einmal shaken Lass ihn noch einmal tanzen Lass ihn noch einmal baumeln Lass ihn noch einmal baumeln, genau Noch einmal baumeln lassen hier Paul, du kannst ruhig weitermachen Achso Genau, erzähl weiter Wir machen eh nur gerade Fazit Wir spielen ja nur, klicken nur ein bisschen blöd rum Weil, ne? So Also, ja, ich fand eigentlich auch das Spiel Ich hatte so mal reingeguckt bei anderen YouTubern Da dachte ich halt, dass das eigentlich ein bisschen zu unübersichtlich ist Und so ein bisschen zu halt mit dem Rumgehüpfe und so Also, dass man da vielleicht gar nicht hinterherkommt Aber jetzt finde ich, wenn man's halt so selber spielt, finde ich, geht's eigentlich ganz gut klar Es macht auch, ähm, echt Laune Ich hab das ja auch vorhin alleine gespielt, selbst ich finde alleine geht's Alleine geht's, okay Wenn man dann halt, also da hab ich auch meistens nur gegen Bots gespielt Weil, grad erst getestet und so Da hab ich dann halt erstmal nur gegen Bots gespielt Mhm Ja, dann finde ich halt die Grafik, finde ich, also, gut Mir gefällt halt so der Stil schon Und, ähm Also ich kann, hab zumindest Ich hätte auch, äh, grafisch an dem Spiel absolut überhaupt nichts auszusetzen Das ist natürlich jetzt kein, äh, Far Cry 3 Aber es ist ja, klar Up to date, es ist völlig in Ordnung Und da ist jetzt nix, wo man sagen würde, boah, das sieht voll scheiße aus Sondern das ist alles völlig in Ordnung Ja, und so wie Stuxy erst meinte, dass hier irgendwie die Server schlecht werden Finde ich, also gar nicht, ich hab keine Probleme, aber jetzt liegt's ja an seinem Internet Eben, das ist ein Internet, was kacke ist Deswegen, ich finde das Internet ist auch ziemlich gut Das hat man ja auch selten bei so'n Spielen Ich finde, wir haben immer ziemlich schnell, auch als ich alleine gespielt hab, ne Lobby gefunden und draus geflogen bin ich nie Wenn ich jetzt selber alleine gespielt hab Und, ja, vielleicht was noch ein bisschen unübersichtlich ist, find ich jetzt persönlich halt, wie man so alles seine Waffen verbessert Und hier dieses, ja, Tech-Baum und so Das find ich jetzt noch irgendwie ein bisschen unübersichtlich Weil, allein wenn man, wenn jemand auf Tech-Baum geht, alleine schon wenn man jetzt hier Gewehr, hab ich ja 10% Da, da geht's ja endlos weit runter Hier Magazin, Auslöser, Umfang und so'n Scheiß Du kannst alles irgendwie freischalten oder nicht freischalten Genau Aber, also ich hab das so'n bisschen kapiert, wenn du jetzt auf Gewerbe bist und ich mach mal jetzt hier den Lauf zu und Vorrat zu und Warte, Umfang, ne, da war da zu machen, nicht aufmachen, so, äh, Auslöser, Magazin, so, jetzt hab ich nur noch die Ladung Ähm, Ladung Gesundheit hab ich schon mal vorhin, ähm, hab ich vorhin schon mal gekauft mit diesen komischen Cyberpoints Ähm, halb befreundete Spieler, wie man das einsetzt, kein blassen Schimmer Und Tesla kann ich nämlich jetzt auch kaufen, 2000 hab ich eigentlich Ne, kann ich nicht kaufen, weil man, doch, kann ich wohl, jetzt geht's auch Ich guck gerade mal, so, jetzt hab ich das auch Aber ich glaube, das kriegt, kann man, das, das lädt sich nur mit XP auf, wenn Ladung, das, auf Level 1 Nein Nein, nicht, Winter, du bist schlauer als wir Ja, man muss bei Weapon-Crafting die Waffe mit diesem Bauteil ausrüsten Ach, das kommt noch dazu, ach so, okay Und wenn du bei Weapon-Crafting dann die Waffe ausgerüstet hast, dann krieg dieses Bauteil, oder die Bauteile, die du verwendest, die Erfahrung Ahhhh Weil, das wollte ich mich auch gerade noch sagen, weil ich kann das mir doch auch bei, äh, Schmiedekunst kaufen, weswegen ich da noch was reinnehmen müssen sollte Genau, das wollte ich mich auch noch fragen Ich verstehe, ich verstehe, okay, jetzt hab ich eine Heilwaffe Ah, okay, dann, ja gut, dann könnte man, äh Und deswegen hat man auch zwei Weapon-Slots, dann hast du eine Heilwaffe und eine Damage-Waffe Ahhhh Und wie man sich hier noch eine Shotgun bauen kann oder so, hab ich auch nicht ganz geblickt Ja, gut Das läuft bei der Selma ganz locker, Moment, customizing Äh, über den Barrel vorne, da brauchst du den Scatter Genau, den Lauf und dann die Streuung, um es mal auf deutsch zu sagen Ach so, ja, okay Ah, okay, verstehe, ja, okay, gut Das dann natürlich, ja, also ich finde, da ist es, dass man das halt so richtig schön anpassen kann Das ist natürlich cool, aber ansonsten, also mir hat das Spiel ziemlich viel Spaß gemacht Und ich finde, das ist auch sowas, was man mal so zwischendurch auch zocken könnte Ja, doch Jetzt ist es jetzt halt nicht so absoluter Müll oder so Ich finde, das kann man sich schon mal geben Doch, das kann man sich durchaus geben Na doch, dass die Runden schnell sind, das Spiel schnell ist, hast du ein schnelles Spiel für zwischendurch Ja, das finde ich ist auf jeden Fall, ähm, also mir macht zum Beispiel mehr Spaß als Call of Duty Ja, das, jedes Spiel macht mehr Spaß als Call of Duty Ja, gut, das kann man so auch sagen, ja Aber ich finde, nicht schlecht, also das würde ich so auch mal spielen, das ist jetzt, ja Ja, ich kenne halt ein ähnliches wie das hier, äh, Super Monday Night Combat Ach ja Das ist 5 gegen 5 Ja Ist fast genauso aufgebaut, nur ohne eben dieses Watercrafting, das hier recht unique macht Ja Und beim Super Monday Night Combat sind halt die Runden deutlich länger Da ist das Spiel nicht so flott Richtig Ja, das ist auch gut Du hast ja auch so Creeps oder sowas ähnliches, ne? Bei Super MNC, das habe ich mal auch irgendwann angezockt, das hat ja so einen Da ist halt ein größerer Taktikfaktor mit drin Genau, richtig Das habe ich aber auch auf dem Plan Da wird irgendwann auch mein First Look von kommen Aber mal gucken, wann und wenn mal Zeit ist Und, äh, ja So viel auf jeden Fall schon mal von Loadout Und wir haben hier fleißig gekämpft Wir haben übelst gerockt Und ihr habt so ziemlich alles gesehen, was man aktuell sehen kann Und von daher Ja Mit heute mal, äh, neuer Besetzung Mit wechselnder Besetzung Heute mal alles völlig durcheinander Aber was soll's Passiert halt mal Ist halt, ne? Wir haben halt nix vorbereitet Wir haben nix geskriptet Von daher So ist das halt manchmal Und, äh, ja Ich sag An meiner Stelle Ich hab alles gesagt Ich find's gut Und Alles ist eigentlich gesagt worden Und von daher sag ich Nächstes Mal ist Dixie auch wieder dabei Nächstes Mal ist Dixie auch wieder dabei Nächstes Mal ist Dixie auch wieder dabei, richtig Und ich sag von meiner Seite Äh, bis nächste Woche Bis denn Bis dann Eine gute Nacht Ciao